Riesenandrang am Freitag vor dem Kapitol in Schwerin. Doch kein Film lockte viele Schulklassen ins Kino, sondern ein Bühnenstück. Henrietta in Fructonia, das Präventionstheater der AOK Nordost. Henrietta ist immer stefrig und sie muss deshalb nachsitzen. Da taucht der Kochlöffel Quassel auf und nimmt das bewegungsmüde Kind mit in den Zirkus Fructonia. Hier lernt Henrietta schnell, wie wichtig Obst, Gemüse und Aktivität sind. Es wird zusammengefasst, sich ein bisschen mehr zu bewegen, bis nach seiner Ernährung zu achten. Und dann klappt es auch mit der Fitness, mit seinen Freunden, ist man gut ausgeschlafen, hat auch genug Power für den ganzen Tag. Fröhliche Kinderaugen bei frechen Songs und jede Menge Spaß auf der Bühne. Neben Henrietta in Fructonia können die Kinder im Theater und Puppenspielen noch weitere Abenteuer mit der AOK erleben. Henrietta und die Schatzinsel und Henrietta im Weltall heißen die Nachfolgestücke.